Cory d'Athieu ist das nächste Pferd in der Bahn, ein Ballach von Corrido aus einer Mutter von Hermé d'Athieu. Zuchtgemeinschaft Jan und Karin Lüneburg, Züchter und Besitzer. Im Sattel sitzt Rasmus Lüneburg, für den Reitenfahrverein Uetersen. Sie sehen, meine Damen und Herren, auch Rasmus Lüneburg bekleidet mit einer Regenjacke über dem Jackett. Wir haben hier in der ersten Prüfung des Tages ein paar Schauer abgekommen. Der Boden, das Geläuf hier auf der Rennbahn in Emshorn ist aber nach wie vor toll bereitbar. Der Boden schluckte das Wasser bisher komplett gut weg. Die Grasnarbe ist sicher, wenn dieses Landesschampionat dann beendet ist. Morgen Abend wird im Anschluss hier auf der Emshornhaare Rennbahn umgebaut. Kommt anstatt des Grasplatzes, wie auf so vielen Turnierplätzen in Deutschland, einen Eppelflut-Sandplatz hier hin, auf dem dann die weiteren Turniere ausgetragen werden. Rasmus Lüneburg, mit einem recht routiniert wirkenden Pferd. Und somit geht Corrida Thieu auch in Führung mit 7,8. Das nächste Pferd, Cascetti CM, das nächste Pferd, ein Hengst von Cascetto aus einer Mutter von Cassini 1. gute Kassen sind Müller, ist Züchter und Besitzerin.